So und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und dieses Video wird gesponsert von Flexispot. Viel Spaß damit. 1000 für den Imperator, der YouTube-Kanal in Kooperation mit Games Island. Unser heutiger anderer Blick geht auf Rogel Dorn, den Praetorien von Terra und den Mann, der die Verteidigung Terras geleitet hat. Und der litt ganz schrecklich unter Horus Luperkal, dem Verrat und vor allem auch unter seinem Rücken, weil er den ganzen Tag am Schreibtisch saß. Und mit Flexispot wäre ihm das nicht passiert. Nein, im Ernst. Wir haben zum allerersten Mal überhaupt ein Sponsoring in dieser Form angenommen, nämlich indem wir direkt ein Produkt bewerben. Und das ist der Flexispot E7 Städtisch. Und der Grund ist erschreckend simpel. Es macht Sinn für Tabletop. Was wir an dieser Stelle eigentlich ganz, ganz großartig finden und wieso wir ihn euch empfehlen wollten, neben der Tatsache, dass er echt schön ist und diese Farbe im Speziellen erstaunlich gut in unser Studio passt, ist die Tatsache, dass damit eigentlich alles geht. Für uns ganz persönlich ist er vor allem super, weil man sich bequem dahinter setzen kann. Aber auch, und das ist der Hammer, aber ihr wisst wahrscheinlich, dass Städtisch das können, er das hier kann. Oh, oh. Ich würde jetzt eigentlich mal gerne einen Spielbericht machen, dass man nicht immer an den Küchentisch muss sozusagen oder auch für ein ganz normales 40K-Spiel ist dieser Tisch eigentlich absolut perfekt. Der Flexispot ist vor allem aber auch richtig schön und Anna und ich haben ihn in einer halben Stunde zusammengebaut gehabt, was bedeutet, dass echt eigentlich jeder das kann. Solltet ihr also einen der Tische haben wollen, dann schaut bei uns unten jetzt in die Beschreibung und dort findet ihr alles, was nötig ist, um den Tisch selber zu konfigurieren oder auch zu schauen, wie groß die Platte sein soll und so weiter und so fort. Und genau, viel Spaß damit. Jetzt aber zurück zu Rogel Dorn, der zerschlagenen Vaterfigur. Eine der grundlegenden Ideen, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, dass das ein großes Thema sein könnte, ist primär mal die Tatsache, dass Rogel Dorn im aktuellen Lore ja dadurch verschwunden ist, dass er sich gegen eine Verräterflotte der Black Legion gestellt hat und dabei seine Hand verloren hat und dann letztlich in der Versenkung verschwunden ist. Dass das aber in einer Situation steht, von der ich mir gar nicht so richtig sicher bin, ob sie quasi wirklich auch kohärent mit dem ist, wie wir Rogel Dorn in The End and the Dead verlassen haben. Denn dort wird er von Horus, von dem Chaos selbst von Korn, das ist ein bisschen unklar, in eine Falle gelockt und wir finden ihn quasi wieder an einem relativ illustren Ort, nämlich in einer Wüstenlandschaft, in der seine abgeschlachteten Space Marines liegen und in der er verzweifelt versucht, einen Ausweg zu finden, in der aber unendlich viel Zeit vergeht, in der er um seine Identität, um seinen Sinn im Leben und auch um die Frage, ob er richtig gehandelt hat, während der Horus Series ringt und zunehmend mehr in Korns Fänge gerät und immer mehr vor sich hin flüstert, Blut für den Blutgott, Schädel für seinen Thron, während er eigentlich versucht, immer wieder zu sagen, ich bin Rogel Dorn, Primarch der siebten Legion, Herr über die Imperial Fists. Und in dieser Sache liegt so ein bisschen Widerspruch. Vielleicht wird er daraus gerettet, vielleicht auch nicht, aber dass das spurlos an ihm vorbeigegangen sein könnte, das ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Um das ein bisschen genauer zu betrachten und auch zu betrachten, welche Stereotypen da eigentlich abgerufen werden, ähnlich wie wir es letzte Woche bei Lionel Johnson und davor schon bei Reboot Gilliman gemacht haben, möchte ich erstmal kurz in die Historie Rogel Dorns gehen. Wie alle anderen Primarchen auch, wurde Rogel über die Galaxis verteilt, nachdem Oerda die Schutzschilde abschaltete und es erlaubte, dass die Stasis-Kapseln, die die noch unfertigen Primarchen enthielten, in die Galaxis verteilt wurden eben und Rogel landete auf Inuit. Einem Planeten, der von einer Eiskruste bedeckt war und der zur Hälfte in ewige Dunkelheit gehüllt war und zur anderen Hälfte eben von jener Eiskruste umschlossen war. Darunter lagen langsam hin- und herfließende Meere und Rogel selbst fand ein Volk vor, das durchaus bereits in der Lage war, eine eigene Zivilisation, die eigentlich über das, was Menschen an so einem entfernten und barbarischen Ort hätten aufbauen sollen, hinausging. Die Menschen Inuits hatten ein eigenes kleines Sternenreich erschaffen und nach etlichen internen Konflikten und Problemen stand Rogel endlich an der Spitze jener Zivilisation und entdeckte vor allem die Phalanx, jene gigantische Sternenfestung, die auch heute noch eines der Wahrzeichen der Imperial Fists ist. Als der Imperator schließlich nach Inuit kam, akzeptierte Rogel ihn als Herrn der Menschheit und ihm übergeordnete Figur, vor allem aber als eine Vaterfigur. Und Rogel übergab dem Imperator die Phalanx, der Imperator schenkte ihm die Phalanx sofort zurück und übergab ihm außerdem das Kommando über die siebte Legion nach Startes. An der Spitze der Imperial Fists zog Rogel Dawn zwischen die Sterne und wurde zu einer der Leitfiguren des großen Kreuzzuges. Die Imperial Fists waren niemals die zahlreichste Legion und sie waren niemals die Legion mit den größten Erfolgen, aber was die Imperial Fists tun konnten war, ein ewiges Zeichen zwischen den Sternen zu sein, wie der Herr der Menschheit sich die Zukunft vorstellte. Sie waren unfassbar loyal und trugen die Ideale des Imperiums wie eine Standarte vor sich her und in den großen Kreuzzug. Rogel geriet schon früh mit einigen seiner Brüder aneinander. Besonders erwähnenswert ist einmal Alfarius, mit dem er vor allem aufgrund der hinterhältigen und unehrenhaften Taktiken, die die Alpha Legion anwandte, aber auch mit der extrem langsamen Art und Weise, wie Alfarius voranging, um bestimmte militärische Ziele zu erreichen, einfach nur um zu zeigen, dass er es konnte. Mit diesen Dingen war Rogel nicht einverstanden. Auf der anderen Seite geriet er aber vor allem mit Perturabo aneinander. Das war eher ein grundlegend charakterliches Problem. Denn beide Männer waren sich gleichzeitig zu ähnlich und zu fremd, um wirklich jemals etwas anderes als Konkurrenten sein zu können. Und die Iron Warriors auf der einen Seite und die Imperial Fists auf der anderen waren letztlich zwei Seiten derselben Münze. Die einen hoch in Ehren und immer das Imperium verteidigen zwischen der Dunkelheit und dem imperialen Feuer der Wahrheit stehend. Die anderen, die Iron Warriors, eher eine Art Lasten- oder Zugpferd des großen Kreuzzuges, das zumindest in der Selbstwahrnehmung deutlich schlechter behandelt wurde als ihre Brüder in Gold und Gelb. Es war genau diese Situation, Rogels herausgehobene Stellung, die es schließlich möglich machte, dass nach dem großen Sieg bei Ulanor, als das Imperium schließlich das große Orgreich zerschlug und der Imperator eine Nachfolger erwählen sollte, Rogel und die Imperial Fists nicht diese Ehre erhielten, dafür erhielten sie eine andere. Rogel wurde zum Praetorianer Terras ernannt, zu dem man, der Terras schützen und befestigen sollte, während der Imperator sein Webway-Project beginnen sollte. Rogel und die Imperial Fists wurden vom großen Kreuzzug abberufen und in das Sol-System stationiert, wo sie Terras bewachen sollten und vor allem als eine Art Notfallplan fungiert haben sollte, bei dem versucht, das Netzwerk der Tausend Tore zu erobern, irgendetwas schiefgehen. So war Rogel es auch, der als einer der Ersten von der Horus Heresy und Horus Verrat erfuhr und es vor allem nicht glauben wollte. Rogel wollte nicht wahrhaben, dass das Imperium tatsächlich an einem Punkt angekommen war, an dem sein liebster und größter Sohn Horus Lupakal Verrat begehen könnte und so hat Rogel beinahe jene Boten, die mit der Eisenstein nach Terra kamen, um eben jene Botschaft zu überbringen, sogar noch festnehmen oder sogar ermorden lassen. Am Ende musste Rogel allerdings davon überzeugt werden, dass Horus tatsächlich ein Verräter war und sich der unangenehmen Wahrheit stellen. Egal wie der Krieg verlaufen würde, Horus würde Terra erreichen und ab diesem Moment tat Rogel Dawn nichts anderes mehr, als die Imperial Fists auf den unvermeidlichen Moment vorzubereiten. Natürlich entsandte er eine Flotte aus Imperial Fists, um gerade nach den Katastrophen von Istwan in irgendeiner Art und Weise noch militärisch eine Form von Initiative zu behalten. Doch gerade jene Flotten mussten eigentlich wieder zurückkehren, um Terras Verteidigung zu stärken und kehrten letztlich unverrichteter Dinge zurück. Ab diesem Zeitpunkt gab es nur noch eine Sache, die zu tun war. Terra so zu befestigen, dass Horus Lupakal den imperialen Thronraum niemals erreichen würde. Dafür zog er jene wenigen seiner Brüder, die sich an seine Seite stellen konnten, nach Terra zurück, wie auch deren Legionen. So kämpften in der Zeit in Teilen Vulkan, in Teilen und später dann Sanguinius und auch Chagatai Khan an seiner Seite und er flehte Limanrass an, auf Terra zu bleiben, der sich allerdings im Verlauf der Horus Heresy aufmachte, um Horus zu zertöten, bevor dieser Terra erreichen könnte. Eine Idee, die sich letztlich als nicht durchführbar erwies. Insgesamt arbeitete Rogel an der Seite Malkadors eigentlich an vor allem einer Sache. Zeit zu gewinnen. Zeit, um die verstreuten und verlorenen Kräfte des Imperiums so zusammenziehen zu können, dass sie tatsächlich eine echte Chance hatten, Horus und seine Verräterlegionen zu besiegen. Das war allerdings durch den Ruinstorm unmöglich. Gerade die Legio 13 Ultramarines, die man in ihrer riesigen Zahl dringend gebraucht hätte und die Legio 1 Dark Angels, die vielleicht als einzige Legione neben den Imperial Fists und den Blood Angels zahlenmäßig noch in der Lage gewesen wären, einen wirklichen Unterschied zu machen, hatten es wahnsinnig schwer, Terra zu erreichen. Und so blieb am Ende nur eine Möglichkeit, Terra so lange zu halten, bis Reboot-Geliminant Lionel Johnson den Weg vor Horus oder zumindest so nahe auf Horus' Fersen gefunden hätten, dass er vernichtet werden konnte. In den ersten Tagen der Belagerung des Sol-Systems war es für Rogel Dawn sogar nötig, Alpharius oder Omegon zu ermorden, als diese versuchten, die Monde des Saturn zu umkämpfen und somit vor allem eine Sache zu machen, die Verteidigung Terras maßgeblich zu schwächen. Aus welchen Gründen die Alpha Legion das tat und wie genau da die engeren Zusammenhänge sind, ist sicherlich Platz für ein anderes Video, weil das ein sehr, sehr komplexes Konstrukt ist, das auch gar nicht so leicht auflösbar ist. Am Ende kämpft Rogel jahrelang im Sol-System, während Horus Lupercal mit seinen Kräften Schritt für Schritt näher kommt. Er verheizt unfassbare Mengen an Soldaten und Material bei Beta-Gamen, als er versucht, auf dem Planeten, auf dem der Titanentod eine alltägliche Sache wird, die Armee Horus zu verlangsamen. Er versucht, die Kontrolle über den Mars zu behalten und muss dort eine herbe Niederlage einstecken, während er zumindest verhindern kann, dass das Dunkle Mechanikum wichtige Kriegsziele seinerseits erreicht. Und so ist das Sol-System zu dem Zeitpunkt, als Horus eintrifft, so bereit, wie es nur sein kann. Aber Rogel bleibt keine andere Wahl. Gerade durch dunkle Magie gelingt es den Verrätern zunehmend, die eigentlich gesicherten Warp-Routen und die Punkte des Eintritts, wo man aus dem Warp kommen könnte, auf eine Art und Weise zu verschieben, die es oft möglich macht, die Verteidigung zu umgehen. Und so kommt es, wie es kommen muss. Und Schritt für Schritt zieht der Belagerungsring sich enger. Planet um Planet, Verteidigungsfestung um Verteidigungsfestung fällt, während Horus' Legionen Stück für Stück ihren Würgegriff um Terra schließen. Bis schließlich nichts anderes mehr zu tun ist, als Terra selbst zu halten. Die Sturmlandungen ihrerseits dauern an. Es dauert und vergeht Zeit und Zeit. Und Horus versucht, Schwächen in Rogels Verteidigung zu finden, übergibt das Kommando verschiedenen der anderen Verräter-Primarchen und spielt deren Stärken aus. Während Rogel selbst Stück um Stück seine Verteidiger und jetzt auch zum allerersten Mal in größerer Zahl Leben der Imperial Fists, der Blood Angels und der White Scars opfert, um schlicht und ergreifend Zeit zu gewinnen. Alles, was er tun kann, ist, nach oben zu tauschen und zu versuchen, möglichst wenige Marines seinerseits zu verlieren, um dabei möglichst viele Gegner und möglichst viele Legionäre Horus zu vernichten. Ihr müsst aber zu diesem Zeitpunkt völlig klar, dass die Ressourcen, die er auf und im Sol-System hat, nicht ausreichen werden, um Horus zu besiegen. Alles, was er tun kann, ist, auf Ru Boots und Lionel Johnsons Eintreffen zu warten und zu hoffen, dass sie rechtzeitig da sein werden. Alles das macht Rogel langsam, aber sicher mürbe. Er wird zu einer Figur, die zurückgezogener wird, der es schwerer fällt, sich zu konzentrieren, die im Laufe der Belagerung Terras erste Risse in dieser Patronagenartigen Persona erhält, die sich aufbauen und die sich dann schließlich durch all sein Wesen ziehen. Entweder ist er überfokussiert und verliert manchmal die Kontrolle darüber, wem er gerade noch zuhört und wem nicht. Auf der anderen Seite fällt es ihm aber zunehmend auch schwerer, seinen Zorn zu unterdrücken und dem Schlachtfeld fernzubleiben. Und so ist es zwar Rogel Dorn, der in beinahe heldenhafter und übermenschlicher Art und Weise die Verteidigung organisiert, bis es wirklich nicht mehr anders geht. Bis es eigentlich, bis der Punkt erreicht ist, wo es egal wird, wer welche Truppenbewegung noch wohin führt, weil sowieso nur noch das Eternity Gate und Bob Bastion und nur noch sehr, sehr wenige Punkte imperialen Widerstands verblieben sind. Aber vor allem leidet Rogel Dorn während dieser Zeit, weil seine Söhne und das Ideal, das er hat, der Ort, für den er Verantwortung übernommen hat, vernichtet werden und auf eine Art und Weise unwiederbringlich zerstört werden, von denen er weiß, dass es kein Zurück mehr geben kann. Auf dem Höhepunkt der Schlacht um Terra senkt Horus Lupercal aus einem für die Verteidiger unerkenntlichen Grund die Schilde der Vengeful Spirit und lässt es möglich werden, dass man einen Teleportangriff durchführt, der den schönen Namen Anabasis trägt. Der Anabasis-Vorstoß hat vor allem ein Ziel, Horus vernichten und damit die sichere Niederlage vielleicht doch noch abwenden oder allerwenigstens Rache nehmen. Und bei diesem Vorstoß sollen die letzten beiden verbleibenden Primarchen, Sanguinius und Rogel Dorn, Konstantin Valdor und der Imperator, jeweils mit einer kleinen Leibgarde auf die Vengeful Spirit teleportieren und dort Horus finden und vernichten. Rogel allerdings landet in einer Ödnis. Und in dieser Ödnis wandert er Jahrhunderte umher. Jeden Tag sucht er Schatten, sucht er Schutz, sucht er nach einer Möglichkeit, aus dieser Ödnis zu entkommen. Doch es gelingt nicht. Und immer öfter und immer mehr hört er die Einflüsterung in Blut für den Blutgott, Schädel für seinen Thron. Schau, was du getan hast. Du bist der größte Schlechter von allen. Du bist ein Vernichter, Rogel. Du bist niemand, der etwas erhalten kann. Und Stück für Stück fällt es ihm schwerer, sich zu erinnern, dass er der Primarch der siebten Legion ist, dass er Herr über die Imperial Fists ist und dass er der Verteidiger Terras ist. Und schließlich fällt es ihm sogar schwer, sich an seinen Namen zu erinnern, bis er selbst diese Aussage, ich bin Rogel Dawn, nur noch leise vor sich hin murmeln kann und an einen Punkt kommt, an dem er wirklich und ernsthaft daran zweifelt, was überhaupt noch wahrhaftig ist. In all der Zeit, die für ihn subjektiv wahrgenommen vergeht, muss er vor allem eine Angst haben. Was ist, wenn die Zeit tatsächlich so vergeht, wie er sie wahrnimmt? Was ist, wenn er an einen Ort gebracht worden ist, von dem es kein Entkommen gibt? Und während all das passiert ist, der Imperator verloren hat, in welches Imperium könnte er zurückkommen oder würde er zurückkommen, existiert das, was er eigentlich erschaffen wollte noch? Und so verliert Rogel Dawn Stück für Stück all die Dinge, die ihn zu der Person machen, die er ist. Und er droht, in die Fänge Korns zu fallen. Ob er das wirklich tut oder nicht, werden wir dann jetzt in The End of Dead Teil 2 sehen, der um Weihnachten herum rauskommt. Aber schon hier, finde ich, steckt ein narrativer Ansatzpunkt drin, den ich persönlich wahnsinnig spannend finde. Und der funktioniert ungefähr so und soll so ein bisschen der andere Blick sein, den wir heute auf Rogel Dawn und die Idee von Väterlichkeit generell, aber im Speziellen auf Rogel Dawn bezogen, einmal werfen könnten. Einer der Gründe, warum Rogel Dawn so extrem gut, meine ich, mit dem 40K-Publikum resoniert ist, dass dieses nun mal primär männlich ist und dass in diesem primär männlichen Publikum vor allem, oder den Rezipienten eigentlich, so ist es besser, wir sind ja keine Zuschauer, wir nehmen ja Teil an dem, was 40K ist, dass in den Rezipienten, die wir sind, Rogel eine Art ideale Vaterfigur verkörpert. Das bedeutet natürlich nicht, dass er nicht alles, dass er alles richtig macht und das bedeutet natürlich auch nicht, dass er zwingend in jeder Situation immer perfekt handelt. Das will ich damit nicht sagen. Was ich damit sagen will, ist, dass Rogel Dawn eine Figur ist, die man sich oft zum Vorbild nehmen kann, wenn es darum geht, wie ein respektvoller, starker, aber nicht, ja, ich benutze das böse Wort einfach mal, nicht toxischer Umgang mit Maskulinität aussieht. Rogel wird von den Charakterzügen, die er besitzt, nämlich seiner Stoizität und seiner inneren Stärke, seinem Hang zum militärischen Handeln und seinem Kodex, der ihn wertegeleitet handeln lässt, nicht auf eine Art und Weise behindert, die ihn zu einer Person macht, die in irgendeiner Art und Weise negativ handelt, zumindest nicht durchgehend. Natürlich im Einzelfall schon mal, gerade wenn es um Perturabo geht, fällt es ihm plötzlich sehr, sehr schwer, Emotionen auszudrücken. Sicherlich hätte man mit Alpharius auch anders reden können, als Rogel es getan hat, aber selbst in diesen schwachen Momenten brechen eben seine Werte und seine Überzeugungen aus ihm heraus und stellen ihn als eine Person dar, die extrem sicher in dem ist, was es bedeutet, ein, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, guter Vater zu sein, ein Patriarch, der sich um seine Familie Gedanken macht und er dieser gerne und mit viel Herzblut und eigener mitgebrachter Opferbereitschaft vorsteht und sich vor diese Familie, vor diesen Flecken, ja, Verantwortung, den er übernommen hat, stellt. Das muss nicht nur die direkte Familie seiner Söhne, der Imperial Fist sein, sondern es ist das Imperium als solches. Rogel hat eine Verantwortungsposition eingenommen und meiner Ansicht nach ist das auch genau der Archetyp, den er verkörpert, die geringere Warp-Gottheit, die er ist. Rogel ist der Patriarch, der Beschützer, der richtende Vater, der auf Dinge schaut und mit strafender Hand sicherstellt, dass jeder sich zu seinen bestmöglichen Fähigkeiten entwickelt, dabei sicherlich manchmal nicht unbedingt einfühlsam agiert und manchmal mit der Strafe über das Ziel hinausschießt, gerade Stichwort Sigismund. Aber am Ende des Tages vor allem eine Person ist, die jenen, die sich unter seinen Schutz gestellt haben, unter sein Kommando gestellt haben und die sozusagen ihre Füße unter seinen Tisch strecken, eigentlich das Beste wünscht und möchte, dass diese Person sich weiterentwickelt. Dabei hat er natürlich eine sehr, sehr klare Vorstellung, wie das zu passieren hat, aber dafür ist er auch bereit, wenn Personenfehler eingestehen und beginnen, sich in irgendeiner Art und Weise in eine Richtung zu entwickeln, die ihm vielleicht nicht ganz so sehr passt, aber die trotzdem positiv ist, mal auch ein harsches Urteil zurückzunehmen. Rogel ist dahingehend eine gewaltfähige Person, die zu emotionaler wie auch zu krasser körperlicher gewaltfähig ist. Ich meine, er besiegt Fulgrim und Alfarius und damit ist er, glaube ich, der Primarch, der die meisten Duelle gewonnen hat. Ich weiß es nicht, es könnte sein, dass Lionel Johnson einen besseren Track Record hat, aber da kenne ich mich nicht gut genug aus. Am Ende des Tages ist es aber vor allem jemand, der Integrität im höchsten Maße darstellt. Und diese Integrität, die Rogel darstellt, die Rogel verkörpert, die kommt aus der Tatsache, dass er einer eigenen intrinsischen Ideologie folgt. Und diese Ideologie ist eben genau aus seiner Verantwortung geboren. Er ist hingegangen und hat gesagt, hey, genau wie der Imperator dem Imperium ein Vater ist, so kann ich immer den Teilen des Imperiums eine Vaterfigur sein, für die mir die Kontrolle und die Verantwortung übergeben wurden. Und aus dieser Situation heraus entwickelt sich dann eine literarische Figur, die einfach ansprechend ist. Jetzt kommen wir zu dem großen Punkt. Warum genau könnte so jemand an Korn fallen? Und da kommen wir genau zu dem Punkt heraus, der meiner Ansicht nach in diese toxische Maskulinitätsrichtung schlägt. Und damit meine ich jetzt nicht im Sinne von irgendeiner Form von politischen Ausrichtung. Das ist keine Aussage, die in irgendeiner Form eine Seite wählen soll, sondern einfach, wann werden männliche Charaktertraits zu einem Problem? Aus meiner Perspektive immer dann, wenn eine solche maskuline Figur nicht in der Lage ist, Verantwortung für die eigene Familie zu übernehmen, nicht mehr in der Lage ist, etwas aufzubauen und erleben muss, wie all die Dinge, nach denen eine solche Person streben kann, unter ihren Händen zerfallen. Dann werden ganz, ganz oft Suchtthemen, um eben den Schmerz zu unterdrücken, primär natürlich literarisch erst mal Alkohol, aber das kann eigentlich alles sein, zu einem großen Problem. Und auf der anderen Seite werden auch Gewaltexzesse zu einem Problem. Denn diese Frustration, diese angespannte Widerspruch zwischen, ich weiß, wie die Welt sein sollte und ich weiß, dass ich verdient habe, Verantwortung zu übernehmen und als eine Person angesehen zu werden, die etwas darstellt und seht, wie ich alles verloren habe und wie viel davon war eigentlich nicht meine eigene Schuld und wie hätte ich es verändern können, dieses Hadern mit einem grausamen Schicksal und einer Welt voller Katastrophen, in denen trotz übernommener Verantwortung einfach alles den Bach runtergegangen ist, das ist letztlich eine literarische Figur, die so alt ist wie die Welt selbst. Wir sehen das in Stranger Things bei Hopper, wir sehen das aber auch durchaus in ganz, ganz vielen, ja, einfach ganz, ganz vielen Popkulturfilmen, wo quasi sozusagen der Held und der Patriarch gealtert ist, gescheitert ist und jetzt zu beinahe kindischem, aber vor allem auch extrem gewaltsamen Verhalten, sei es emotional gewaltsames oder auch tatsächlich einfach körperlich gewaltsames Verhalten, neigt, um so seinem eigenen Schmerz in irgendeiner Form Ausdruck zu verleihen. Eine meiner Lieblingsserien ist Cobra Kai und ich finde an Johnny Lawrence sieht man das wahnsinnig, wahnsinnig gut. Der kann keine Verantwortung für sich und andere übernehmen und ist deswegen einfach der letzte Penner, bis er beginnt, das Cobra Kai-Studio aufzubauen und in dem Moment, in dem er beginnt, Verantwortung zu übernehmen für Kinder, für sich, für seine eigenen Taten und Handlungen, für seinen Sohn und so weiter und so fort, hört er plötzlich auf, so krass schwer zu trinken, hört er auf, so sinnlos gewalttätig zu werden, hört er auf, so krass emotionale Gewalt gegen andere Menschen anzuwenden und wird plötzlich zu einer wahnsinnig positiven Figur, der man dann auch fast alles verzeiht. Und bei Rogel sehen wir hier jetzt diese Reise eben genau in die andere Richtung. Rogel Dorn entwickelt sich weg von der eigentlich alles beherrschenden Vaterfigur und wird zu einer Person, die in tiefe Verzweiflung getrieben wird. Diese Vision, in die Cornyn steckt, ist deswegen so perfide, weil ihm die Möglichkeit genommen wird, Verantwortung für andere zu übernehmen. Er ist alleine, weil ihm vor Augen geführt wird, wie viel von der Verantwortung, die er übernommen hat, zum Tod und zu Leid geführt hat und wie sinnlos und unsinnig eigentlich all seine Versuche waren, Verantwortung zu übernehmen. Und damit wird auch seine grundlegende Ideologie, die grundlegende Charakterstärke, die er mitbringt, letztlich ausgehöhlt. Man nimmt ihm all das weg, primär aber natürlich seine Familie und seine Möglichkeit, sozusagen Ehre und auch eine Form von gesellschaftlicher Relevanz zugesprochen zu bekommen, mit der Tatsache, dass er alleine in dieser Wüste ist und von den Schädeln seiner Söhne umgeben wird. Und das bedeutet, dass am Ende genau das aus ihm herausbrechen soll, was eigentlich eben genau dann eine solche zerbrochene Vaterfigur darstellt, nämlich pure sinnlose Gewalt, die Gewaltorgie als letzter Ermächtigungsakt. Und wenn die Welt mich zu dem macht, was ich jetzt sein muss, dann wird sie mich fürchten lernen, denn ich bin zu krasser Gewalt fähig. Und damit haben wir hier einen ganz, ganz anderen Ansatzpunkt zu Korn, wie es zum Beispiel bei Angron der Fall ist. Bei Angron ist es Raserei, bei Rogel würde die Gewaltorgie aus einer Enttäuschung und einem Selbsthass entstehen, weil er nicht in der Lage war, die Verantwortung, die man ihm gegeben hat, wahrzunehmen. Gut, darin ist der Angron dann tatsächlich ähnlich, aber halt letztlich nicht in diesem Aspekt sinnlosen, nach außen gerichteten Zorns, der nach allem schlägt, was man ist, sondern eher in Form von einer Art Kampfschrei gegen die Welt, weil sie derartig ungerecht ist, dass sie ihn nicht hat sein lassen, was er doch so gerne sein will, nämlich jemand, der einfach nur etwas beschützen wollte und dem diese Möglichkeit weggenommen und entrissen worden ist. Und das macht, dass Blut für den Blutgott und Schädel für seinen Thron hier eine ganz, ganz andere Konnotation hat, aber extrem gut zu den Imperial Fists und zu der Nachfolge Orden passt, weil eben genau das auch etwas sein kann, was sie auf einen sehr ähnlichen Pfad wie die World Eaters führt, aber mit einem ganz, ganz anderen Startmotiv. Und das fand ich eine faszinierende und brillante Idee, weil es so subtil von Games-Workshops-Schreibern präsentiert wird. Es ist was, was nicht, es wird niemandem auf die Nase gebunden. Warum ausgerechnet Rogel und Korn? Wieso macht das Sinn? Und es macht nicht Sinn, weil er der beste Kämpfer ist. Es macht nicht Sinn, weil er ein herausragendes Schlechter ist. Es macht Sinn, weil er ein guter Vater ist. Und wenn man einen solchen Mann in die Verzweiflung treibt, dann ist plötzlich alles denkbar und ja, all bets are off. Das hat so ein bisschen was von, Gott, wie heißt denn dieser Liam Neeson-Film? Taken, genau. Da wird mit diesem Motiv ja auch ganz, ganz stark gespielt, was eigentlich passiert, wenn man quasi einen Vater die Option wegnimmt, sich um seine Kinder zu sorgen und zu welchen Gewalttaten eine solche Figur dann plötzlich fähig ist. Und deswegen bleibt Rogel uns auch bei all den schrecklichen Dingen, die er tut, einigermaßen sympathisch, während einige andere Primarchen diese Sympathie so schnell verspielen. Genau, das waren meine Gedanken zu Rogel Dorn als dem Praetorianer Terras und einer zerbrochenen Vaterfigur. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mir zuzuhören. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald.